So, heute sind wir mal am Trellup. Da links hoch ist Quellenhof, das Ristorante. Da wo auch ganz viele parken, um dann spazieren zu gehen. Und hier kann man sogar unten die Boote zusammenbauen, nicht unbedingt auf einer Wiese, sondern auf einem Sanduntergrund. Primär geht es darum, die nachher dann auch wieder auseinander zu kriegen, drüben auf der Wiese einmal abzuwischen, um das Auto zu verstauen, damit die da liegen bleiben können, weil wir in den nächsten Tagen ja ein paar Touren machen wollen. Da geht es runter Richtung Innenstadt. Und da geht es hoch, so, Richtung Neu. Die Brücke oben, ne? Genau. Da kann man gleich mal aufnehmen. Das ist hier mit dem Schirmchen. Auf dem Rückweg ist der wahrscheinlich besser, aber das kann man sich nach vorne gehen. Rechts hinten. Da kommt man auf ein bisschen hoch, ne? Ja, das ist hier mit dem Schirmchen. Das ist hier mit dem Schirmchen. Das ist hier mit dem Schirmchen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020